Die Top 3 Skins für jeden Charakter. Heute Tanks Part 2. Wir fangen an mit Reinhardt. Wenn ihr Part 1 sehen wollt, den habe ich hier einfach mal oben verlinkt. Und damit würde ich sagen, fange ich direkt an. Reinhardt. Reinhardt war für mich bei den Tanks am schwersten, da wirklich die Top 3 zu finden, denn er hat so viele coole Skins. Das gilt übrigens auch für D.Va, das habe ich gar nicht gesagt. Im ersten Teil, sie hat so viele coole Skins. Aber wir sind jetzt bei Reinhardt, nicht bei D.Va. Und Platz 3 ist für mich ein epischer Skin, ein lila Skin, kein legendärer, und zwar kalthart. Einfach aus dem Grund, guckt euch diesen Kopf an. Ein blauer, brennender Kopf. Das sieht so ver... Das sieht so cool aus, den musste ich einfach auf Platz 3 packen. Auf Platz 2 habe ich Draugr. Ein Halloween Skin, wie man vielleicht denken konnte, finde ich super aus. Super viele Details. Mir gefällt das auch allgemein, dieses Setting, Design her. Finde ich super awesome. Von daher auf Platz 2. Und auf Platz 1, dieser Skin. Aus mehreren Gründen. Es ist ein Standard Skin, der von Anfang an dabei war. Er ist so unglaublich cool. Er wird super viel gespielt. Ich glaube, viele mögen den. Und ich fand den auch damals unglaublich awesome. Und den musste ich einfach auf Platz einsetzen. Der kann so einiges. Den gibt es auch noch in anderen Farben. In weiß-grün und in rot-schwarz, meine ich. Oder rot-gelb. Sehr, sehr awesome, dieser Skin. Roadhog. Platz 3, angefangen mit Highhappen. Marco gibt es auch noch. Ist der Skin noch mal in einer anderen Farbe. Sind eigentlich auch beide auf der gleichen Stufe. Da tut sich nicht viel. Sehr cool. Ich mag den Haken sehr gern. Ich mag sowieso Haie. Mega cool. Kann einiges. Platz 2 ist schlechter. Das ist ein Skin. Ein Charakter aus einem anderen Blizzard-Game. Aber das ist ja eigentlich nicht so wichtig. Dieser Skin sieht super awesome aus. Der Haken mit diesen ganzen Zacken. Diese Maske. Diese Totenkopfmaske mit den Hörnern. Ja. Und auf Platz 1 ist wieder ein... E-Sport-Skin. Diesmal ist es ganz garantiert der Skin für das Team San Francisco Shock. Midas. Feueranimation wieder an Kopf und Haken. Kann man sich schon denken, ich hab da so ein Muster. Aber ich finde, der kann so viel. Der sieht so cool aus. Ja. Sigma Platz 3 ist Psychiatrie, heißt er mein ich. Ist super ein Standard-Skin. Soviel ich weiß. Von Anfang an dabei. Sieht super awesome aus. Mit der Maske. Hat was von Hannibal Lecter. Falls das irgendwem was sagt. Auf Platz 2 habe ich der fliegende Holländer. Ja. Alle Spongebob-Fans werden sofort an das eine denken. Ich will ja... Was soll man sagen? Es ist halt der fliegende Holländer. Und er erinnert halt einfach direkt an den Charakter aus Spongebob. Weil sie haben halt leichte Ähnlichkeiten. Sieht super cool aus. Das Setting super geil. Dieses grüne, leuchtende. Mit diesen ganzen Schiffswrackteilen. Und auch die coolen Waffen finde ich sehr cool. Diesen Spitzen. Aber es gibt noch einen cooleren Skin. Und zwar Raureif. Oh, der ist so awesome. Der kommt direkt aus Game of Thrones. Ne, aber er hat schon sehr Ähnlichkeiten. Also wirklich, das ist ein White Walker. Come on. Super cool aus. Diese Eiskrone, leuchtende Augen wieder. Überall diese Rauch-Animationen. Mega awesome. Dann zu Winston. Platz 3 ist Yeti. Was auch das für nicht. Sieht schon ziemlich cool aus. Und er sieht aus wie ein Yeti. Dann Platz 2 Gargoyle. Gargoyle. So wird es glaube ich ausgesprochen. Wenn nicht, dann basht mich in den Kommentaren. Ja, so ein Winston aus Stein sozusagen. Diese Brille. Die ist irgendwie so ein Kontrast dazu. Finde ich super. Platz 1 ist für mich Werwolf. Ich fände Werwölfe einfach cool. Und ich finde, das passt auch irgendwie sehr gut. Das sieht auch einfach super aus hier. Es ist einfach so ein, wie so ein Hund eben. Wie so ein Wolf eher. Hier so Bäume als Jetpack. Mega. Dann komme ich zu Hammond. Oder auch Wrecking Ball. Aber er heißt Hammond. Hier mag ich sehr gerne auch die epischen Skins. Teilweise mehr als die legendären. Auf Platz 3 ist ein epischer Skin. Holz. Und ja, ich mag diese Kombination sehr gerne aus. Dieses Holz mit dem Lila. Es sieht super edel aus. Platz 2 ist für mich Kürbis. Hier sind viele Halloween. Ja doch, hier sind viele Halloween Skins dabei. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach an meinem Geschmack liegt. Aber die Halloween Skins sind einfach so cool. Das sind einfach die Besten. Na ja, kommen wir weiter. Weiter zu Hammond. Kürbis. Ja, eben ein Kürbis, wie man sich vielleicht denken konnte. Der Ball. Und Hammond hat, ja, der sieht aus wie so ein Sack über den Kopf. Sieht schon cool aus. Sieht böse aus. Auch wenn er eigentlich nicht böse ist. Und Platz 1. Da ist wahrscheinlich auch wieder nicht jeder der gleichen Meinung. Ist wieder ein epischer Skin. Aber was ich vor allem unfassbar gut finde in diesem Skin ist, was Hammond da anhat. Diese Fliege. Dieser Anzug. Das sieht so cool aus. Der Ball an sich hat wieder dieses Hölzerne. Ist auch ganz cool. Ist nicht das allercooze auf jeden Fall. Der Kürbis sieht vielleicht besser aus. Aber das macht einfach alles aus. Und dann als letzten Tank zumindest im Moment. Zeitpunkt ist Season 2. Saria auf Platz 3. Der Skin ein Herrjahr. Ist auch wieder nur ein epischer Skin. Aber wow. Also diese ganzen Verzierungen, die Farben, auch die Haare. Hier auch wieder mit dem Muster drin. Das sieht so awesome aus. Den musste ich einfach auf jeden Fall in diese Liste packen. Ist auch der Skin, den ich momentan spiele. Auf 2 habe ich... Einen Moment. Polianizza. Polianizza. Diesen Skin hier. Der Skin an sich. Das ist Geschmackssache, denke ich. Mit diesen Panzerplatten hier überall. Aber warum ich diesen Skin... hauptsächlich so unfassbar cool finde, ist die Waffe. Alter Leute. Das sieht so cool aus. Hier mit diesen Drachenköpfen sind es glaube ich. Überhaupt diese ganzen... Diese ganzen Verzierungen. Diese Details. Ihr seht das jetzt in Gold. Habt also auch direkt eine Vorstellung davon, wie die Goldwaffen aussehen. Mega awesome. Und Platz 1 ist Xuan Wu. Hier finde ich den Skin cool. Und auch die Waffe. Der Skin. Ja, es ist auch wieder dieses... Ja, man könnte sagen Panzerplatten-Schema. Aber gerade auch hier dieses leuchtende Zeichen. Der Helm. Mit diesem... Mit diesem Haaren. Oben drauf. Weiß nicht, ob das jetzt einen besonderen Namen hat. Sieht super cool aus. Und vor allem wieder die Waffe. Oh mein Gott. Hier ist es diesmal eine Schlange. Das... Das sieht so cool aus. Ich finde das einfach cool. Und das war's dann mit... Den Top 3 Skins für jeden Tank. Part 2. Und dann auch... Allgemein... Mit den Tanks. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich werde das auch noch für jeden DPS machen. Und für die Supporter. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und vielleicht auch andere Videos und Guides zu Overwatch. Dann lasst doch gerne ein Abo da. Lasst doch gerne ein Like da. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt mir in die Kommentare, was so eure Lieblingsskins sind. Und ob ihr da vielleicht gleicher Meinung seid wie ich. Oder ihr denkt, ich bin völlig bekloppt. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Ciao.